ja scheiß fußboden wie das hier wieder aussieht ja zum kotzen ja und damit auch erstmal herzlich willkommen potenziell blick zurück zu hast ja was haben wir vor was wollen wir machen ich würde sagen wir gehen erst noch mal auf die jagd und schauen dass wir noch in diesem tierchen finden wer auf jeden fall richtig richtig wichtig damit wir den sportpunkt bei uns endlich bei uns in der hütte setzen können das ist ja momentan noch nicht möglich dass wir da jetzt ist es bohren wir sterben deswegen bräuchten wir noch ein stoff fetzen ein einzigsten einzigen da sehe ich doch schon was ist natürlich nicht gerade ungefährlich das viel glaube ich das ist ein hirsch ok das wäre ein wolf das müssen wir natürlich langsam und sicher bämm ist voll in die kimmel oder naja das ist wohl eher das bein ok nimm ihn noch und diese grafik ne ich weiß nicht wer das sich ein verlassen hat das hat die nicht so funktioniert und dieser schatten ist doch einfach kacke dass man das auf fünf stellen muss extra kann doch auch nie wahr sein der wackelt da der kopf bämm ist immer fest hier drauf da so stoff ja leder kriegen wir auch ist aber eigentlich mehr oder minder uninteressant denn wir wollen unseren stoff und unseren stoff besorgen hier ne so endlich haben wir es geschafft endlich jetzt kann ich auch ein bisschen beruhigter zocken muss ich ehrlich zugeben weil ich habe nämlich keinen bock ja ohne stoff hier rum zu rennen ach ohne schlafsack so nicht ohne stoff ohne schlafsack weil wir kommen ja echt zu nichts dann wenn wir sterben dann ja ist aus dem haus mit unserem schönem haus da können wir dann zusehen wie wir hier wieder hinkommen da hängt dann doch schon einiges dran so da was finden wir denn denn ich glaube hier ne ach jetzt muss ich doch erstmal den stoff und holz wir brauchen 100 ja komm immer noch mal hier dann 65 na nein komm schon ok 66 oh scheiße so ist denn jetzt der stoff da ok brauchen wir sonst grad noch irgendwas ich nehme einfach mal das holz da jetzt komplett raus ist egal wir müssen tausender stack das jetzt fallen lassen ok so dann wir haben einen schlafsack in 23 sekunden jo tierische fette da wollen wir natürlich noch ein bisschen was wir haben nicht mehr ach so wir haben nicht so viel fett weil das das ganze fett liegt dann auch hier drin irgendwo moment ist das denn jetzt hier was frei das verstehe ich nicht so ähm ne dann machen wir noch mal 6 ähm dünn 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 dann nehmen wir das hier schon mal raus auf jeden Fall Knochen können wir uns auch mal hier so in die Hand nehmen und das mal so ein bisschen umstrukturieren vielleicht. Das ist Metall-Erz. Das ist Stein. Das ist Schwefel. Also dass man hier vielleicht generell vielleicht einfach mal die ersten Erze reinpacken und die Steine vielleicht sogar noch mal extra. Das weiß ich gerade noch nicht. Wir gucken mal. Wir machen jetzt erstmal hier alles ins Inventar. Ich glaube, die Steine können wir schon glatt extra machen. Ich glaube, die können schon extra Kiste gebrauchen. So. Beziehungsweise da wird es ja auch gleich freier drin. Ne, ne, wobei. Ne, 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 ne. Komm, das fangen wir gar nicht an. Wir machen jetzt machen uns hier so schön geordnet alles. Hier kommt hier nämlich genau, das wird die Holzkiste. Das ist doch eine ganz gute Idee. Hier machen wir eine Holzkiste. So. Der nochmal Holz und da ist nichts drin. Okay. Und hier kommt dann Werkzeug hinein. Und, ja, was man sonst so gecraftet hat vielleicht. Ich denke mal, das ist auch noch Werkzeug, ne. Ich glaube, das zählt zum Werkzeug. Die Karte auch. Die Fackel finde ich auch. Ähm, den Stein, den behalte ich mal das können wir da glaube ich auch mit da reinwerfen. Und das und den Stoff ist unsere Holzkiste. Und, ja, hier kommen dann die Steine rein und die Kohle packe ich da mal mit da rein. Und diese tierischen Produkte. Jetzt erstmal, weil ich nicht weiß, wohin da mit dem ganzen Zeugs. Jetzt können wir das auch da reinpacken. So. Schlafsack. Endlich. Wir haben einen Schlafsack. Ey, ist das nicht geil. So, jetzt haben wir auch zu viel tierische Fette sogar. Ähm, ne, nicht hier tierische Fette. Einfach im Brennstoff haben wir jetzt zu viel. So, wo war denn der Ofen? Schmelzofen. 200 Steine, 200 Holz. 50 einfacher Brennstoff. 50 war anders. Wie komme ich denn auf 3? Fehlt ja immer noch was. Ach, scheiße. Ähm, ne, ne. Ähm, so. Ich dachte, wir hätten da genug. Ist natürlich doof. Okay, dann stellen wir halt noch mal ein bisschen was her. Blum, 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 blum. Das geht zum Glück recht schnell. Wir brauchen eigentlich nur noch zwei. Fällt mir auf, ne? Wir können ja gleich abbrechen, wenn's... Wenn's soweit ist. So. Ach, Mensch. Wo ist das denn jetzt hier? Das muss jetzt da mit rein erst mal. Und... Das kommt da wieder rein. Damit auch alles seine Ordnung hat. Dann nehmen wir uns jetzt hier so ein paar Steinchen raus. 200 und 200 Holz. So, dann dürften wir jetzt eigentlich alles für den Ofen haben. Jawohl. Eine Minute. Boah, dann können wir endlich mal diese ganze Scheiße da in den Ofen reinpacken. Kann man den da vielleicht jetzt einfach hier dann so oben hinpacken. So, wegen Platzmangel. So, hier würden, glaube ich, noch zwei Kisten hinpassen. Dann drunter könnte vielleicht noch was hinpassen. Und dann wird's echt eng. Ja, werden wir dann, würde ich sagen, aber einfach hier nach vorne hin anbauen. Und das einfach miteinander verbinden. Ist ja scheißegal. Dann haben wir halt hier so eine kleine Hütte hinten dran hängen. So. Jawohl. Da können wir dann auch ein bisschen was reinwerfen. Seel. Dead. Und die Dead nehmen wir nochmal mit. Und. Ja, kommen ganz so viele, wollen wir jetzt auch nicht da reinwerfen. Wir nehmen mal 300 Holzmüt. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das reicht. Dann können wir einfach nur noch hoffen, dass wir uns hier nicht die Hütte abfackeln, ne? Aber Moment, ne? Das passt mit den ganzen Produkten ja nicht. Er produziert ja Kohle. Metallsplitter und Schwefel. Da haben wir ja schon alle Slots voll. Dann wollte ich nochmal eben gucken. Ach, können wir gar nicht herstellen. Dafür fehlt uns nämlich noch was. Dafür fehlt uns nämlich wieder Stoff. Ja, komm, dann den Rest nehmen wir jetzt mit raus. Oder wartet mal. Ich hab noch eine bessere Idee. Wir nehmen erstmal das Holz. Und hier so ein paar, nehmen wir mal 2000er Stacks. Und den nehmen wir Dead. Und Dead. So. Eingerissen, jawoll. Kommt natürlich erstmal hier was hin. Hier. Hier. Da. 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 Vorsichtig müssen wir sein. Ganz vorsichtig. Okay. Ähm. Bevor ich das nämlich wieder vergesse, werde ich jetzt hier erstmal den Türrahmen setzen. Und die Tür. Und dann ziehen wir jetzt hier schon mal die Wände. Und den geht's los. Da machen wir gleich Stein raus. Das wird natürlich hier nicht vollkommen nicht reichen. Da werden wir viel mehr Stein brauchen. Das ist mir auch schon klar. Aber zumindestens, dass die das schon mal nicht kaputt kriegen, machen wir das irgendwie aus Holz. Also das ist, glaube ich, das Mindeste, was wir machen sollten. Wie kann man abreißen? Braucht man dann nur den... Oh, das ist ja mal... Wie? Was geht da doch mit dem Abreißen? Ach, scheiße. Okay. Da hätte ich mich halt noch beschwert, dass das nicht geht. Ja. Hm. Geht nämlich doch. Dann sieht man mal wieder, wie schnell das Holz weg ist, ne? Aber Holz ist ja natürlich jetzt nicht so... Schlimm, wenn es nicht... Wir haben gar nichts mehr. Wir haben gar nichts mehr. Moment mal, bevor ich jetzt hier rausgehe. Was brauchten wir denn für das Schloss? Für das Zahlenschloss? 400 Holz, 100 Metallsplitter. Okay. Lassen wir das mal da... 100 Metallsplitter. Ja gut, die haben wir noch nicht. Das ist natürlich scheiße jetzt, ey. Wenn wir jetzt rausgehen... Ich will jetzt auch kein normales Schloss hinbauen, weil ich dann nicht weiß, wie ich das wieder wegkriege. Hm. Okay. Aber wir brauchen auf jeden Fall Holz, um das zu verstärken. Und ich glaube, dann wächst unsere Hütte schon beachtlich. Können wir ja doch vergrößern. Das ist natürlich super. Aber vielleicht sollten wir diesen Raum drinnen einfach lassen und da so unsere ganzen Wertgegenstände reinpacken, damit die da auch erstmal hinkommen müssten. So, schnell hier mal Holz gesallt. Alter, okay. Es sind, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, 30 Mann auf dem Server. Also es ist schon nicht ohne hier. Mei, zu kalt, sagt er. Weißt du, er hat schon da alles Mögliche angezogen gekriegt, ne? Aber es ist zu kalt. Ne, Lederwester hat da... Und, 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 ne? Ich glaube, es ist auch wieder seit langem das erste Mal, dass ich es im Rust schaffe, hier ordentlich... was zu bauen und, äh, zu schaffen auch generell, hier zu bauen. Es macht mich natürlich froh, ne? Dass man hier auch endlich mal vorwärtskommt und mal was machen kann, ohne dass man ständig stirbt, ey. So, ich würde sagen, das reicht erstmal. Wir gehen erstmal schnell zurück, damit wir das wenigstens noch mit Holz verstärken können, bevor, äh, ja, das gleich dann einfach reingerissen wird. Vielleicht sind auch diese 100 Metallsplitter bis dahin fertig. Und wir können vielleicht... weitermachen. So. Oh, da fühlt man sich doch schon wieder ein Stückchen sicherer, ach Mensch. So, das haben wir, ich glaube wir haben alles ganz gut ausgeült. Und hier oben haben wir nur, ja, okay, das ist noch nicht genug, leider. Da muss noch was kommen, da muss was kommen. Ähm, jetzt hab ich das noch voll in die falsche Richtung, ich will das doch runterpacken und ich, so. Ach, Moment, 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 wir packen Dettmar wieder zurück. Die Karte nehmen wir mal mit, vielleicht hat es jetzt gleich mal irgendwie einen Sinn. Ich weiß ja nicht, wie man die benutzen soll halt. Ach, auf M kann man sie nutzen, okay. So. So, wie male ich jetzt da auf? Nehmen wir jetzt hier rot. Ähm, ne, 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 ne. Da gibt's noch nicht, wie kann ich nichts darauf malen? Warte mal, wir müssen mal wieder reingehen, kurz. Es stand ja irgendwo nie, auf der Beschreibung. Auf der Karte rechtsklick drückst. Ähm, wenn du die Karte bemalen, indem du auf der Karte rechtsklick drückst. Ja, das mit dem bemalen, das klappt allerdings noch nicht. Oder man sieht's einfach nicht, ich weiß es nicht. Also wegzoomen kann ich, ranzoomen kann ich ein bisschen. Ähm. Opa. Ja, das war jetzt natürlich... ...der Oberhammer. So. Das ist mir immer gewohin müssen, ja. In das obere Eck des Kreuzes. Ja. Da werden wir uns natürlich dann irgendwann mal eine neue Karte machen. Aber jetzt fürs erste Wissen wird mindestens schon mal, wie es ungefähr funktioniert. Ich würde sagen, wir gehen mal noch ein bisschen Steinen sammeln. So. Tür schließen. Das ist ja nass. Oh. Er ist nass. Das ist gut, dass die Frage, wie das jetzt, das jetzt so prickelnd ist, dass wir jetzt hier rum eiern. Aber es hört schon auf, zu rechnen. Ach, wunderbar. Kann man uns aber, wenn wir hier nach getaner Arbeit noch ein bisschen trocknen über, oder vor dem Lager vorher. Das sollte ja auch kein Problem sein. Okay. Stein, Stein, Stein. Ein bisschen was bräuchten wir noch, ne? Das nagt natürlich gerade extrem an, an uns hier mit der, äh, mit der Nässe und der Kälte und die Verbindung. Das zieht schon ordentlich was ab. Deswegen sollten wir uns vielleicht nicht ganz so lange aufhalten hier. Aber zumindest so, dass wir, äh, schon mal wieder ein bisschen Steine haben, um noch den Rest ein bisschen mehr auszubauen hier. Das... Sonst geht's nicht. Also das müssen wir machen. Ich lasse keine Hütte mehr stehen ohne, äh, Stein. Das... Ist... Scheiße. Ja, komm, den letzten da noch und dann... Haben wir... Ja, ein bisschen schon mal Stein. Okay. Abmarsch. Abmarsch. Es wird dunkel. Und es ist arschkalt und der muss sich, glaub ich, erholen. Und ein bisschen aufwärmen. Das ist ja gar nicht unser... unser Hütter da hinten. Ja, hier kommen sie natürlich alle noch rein. Das ist... Das müssen wir auf jeden Fall, glaub ich, zuerst ändern. Ähm... Wir nehmen uns das schon mal. Dann gucken wir mal, was wir da oben denn jetzt haben. Ah, wir haben kein Holz mehr drin. Ja, das ist... Ah, ich... Könnte kotzen. Alles klar. Holz reinwerfen und dann schauen wir weiter. Das... So dauert das natürlich ewig, eh, wenn man hier zu nichts kommt. So, ich weiß gar nicht, bringt uns das, wenn wir hier fast... Hier vor sind? Das bringt uns keinen Komfort, ne? Nee. Schade. Dann nehmen wir mal so ein bisschen was mit. Weil wir haben ja auch noch Fleisch. Das könnten wir dann auch einfach schon mal beraten. Wo haben wir es? Ach, ganz hinten war es, glaub ich, ne? Ja. Da ist ja mittlerweile doch eine beachtliche Menge zusammengekommen. Ach, Komfort. Joach, so ist es doch angenehm. So lässt sich leben. Wir können uns jetzt schön hier ans Lagerfeuer kuscheln. Ah, und das Genießen. Und dann gucken wir nebenbei nochmal oben, wie es ausschaut. Kommt schon, ey. Zwölf noch. Das will ich aber sehen. Das hat geklappt. So geht das ja nicht, ne? Also ich glaub, wir kriegen... Also von dem, was wir hier haben, einiges an Metallsplittern raus. Und wir müssen natürlich dafür auch viel Holz... Das ist mir gar nicht rausgeworfen, ne? Ach so, er wirft es raus, wenn es... ...voll ist. Und er lassen uns nicht hier hin... ...legen kann. So war das. Können wir uns auch gleich schon mal reinpfeifen? Die, 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 die. So. Wir brauchen dieses scheiß Schloss, ey. Ich will dieses Schloss endlich da anbringen können. Fünf Stück noch. Alter. Das Geräuschkulisse ist gruselig, ja. So. Fünf Stück. Wir brauchen noch 100 Holz. Das können wir dann gleich von oben nehmen, denke ich mal. Werden wir da einfach mal abzwacken. Sollten wir vielleicht Feuer machen, bevor es... ...gleich hier weg ist. Das wäre natürlich dann doof. So. So. Oh, wir haben es. Jawoll. Endlich können wir uns dieses Schloss bauen, ey. Dass wir irgendwie... Genau. 400 Holz. Hm. Okay. Okay, so. 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 Ich hab so dieses dumme Gefühl, dass da draußen jemand rumreiert. Und sobald der nämlich sieht, dass da kein Schluss drin ist, sind wir glaube ich ziemlich am Arsch. Code ändern, ähm... Ja, ja, das muss ich nur ausblenden, da muss ich dran denken, da folge ich ausblende meinen Code, ne, dass ihr meinen Code seht. So... Ne, von dem anderen Code, da könnt ihr gerne mal ein Foto haben, aber von dem hier natürlich nicht... Ah, jetzt ist es verbrannt. Toll. Verdammtes Menschenfleisch, das ist ein Schad seiner Gesundheit. Aha... Ja, das macht natürlich Sinn, dass das Fleisch, wenn es verbrannt ist, Menschenfleisch wird. So... Nehmen wir einfach mal alles raus... Ausschalten... Und den Rest können wir oben drauf packen. So, wir haben noch Steine, wir haben Essen, wir haben Holz. Und das war schon mit unseren Steinen toll. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Ach, hier haben wir noch. Okay. Für ein bisschen was reicht das noch. Ist natürlich jetzt nicht allzu viel. Aber dass wir schon mal ein paar Sachen hier bestärken können. Was brauchen wir denn dafür? 30 Metallsplitter. Um die Tür aufzuwerten. Haben wir die? Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir? Das wäre natürlich noch was, was wir machen müssten. 30... Sechs Stück. Sechs Stück. Sechs Stück fehlen uns. Dann können wir das aufwerten. Und das machen wir dann auch gleich. Ja, seht schon, heute ist hier viel mitbauen. Ich glaub, dann mach ich auch erstmal die Hütte hier, also das hier zu, ne? Komm schon. Noch drei. Verdammt, ey. Zumindest wissen wir jetzt schon mal, wie wir die Karte benutzen. Äh, wir haben schon mal für ein bisschen mehr Platz gesorgt. Jetzt muss ich mal eigentlich gucken, kann man das jetzt hier eigentlich... Das kann man nämlich nicht mehr abbauen, ne? Das auch nicht mehr. Äh... Hä? Wieso konnte ich das denn vorhin abbauen und jetzt kann ich es nicht mehr abbauen? Macht ja auch keinen Sinn. Hm. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn es noch nicht ganz fertig ist, dass man das dann abbauen kann? Ich weiß es nicht. Hochwertiges Metall. Mal... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 125 ja immerhin ist es schon mal ist ja die hütte so viel steht fest es kommt hier nicht jeder so leicht rein und das zählt ja schon so noch mal im thema lernen das restliche holz noch mal rein so schlafsack umbinden annimmt schlafsack ändern den namen des schlafsacks und dessen diesen von anderen zu unterschalten also weise dem schlafsack ein freund zu du bist danach nicht mehr der besitzer so das haben wir ich bin richtig richtig stolz auf uns muss ich sagen wir haben uns hier eine schnucklige kleine hütte gegönnt und sogar schon eine blechtür das hatte ich vorher noch nie muss ich sagen blechtür und ja erst mal wieder vielen dank fürs zuschauen natürlich wenn ich mir die videos gefallen wie ich mich über den daumen nach oben und ein abo freuen und sonst war es bis zum nächsten mal auf wieder schauen